Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars Jedi Fallen Order. Wie ihr seht, habe ich eine neue Machtfähigkeit erlernt. Ich habe mich als imperiale Kiste mit offenem Deckel getarnt. So kann ich mich einfach nur hinstellen irgendwo und werde nicht beobachtet. Erkennt ihr mein Gesicht? Da ist mein Gesicht. Ja, so. Ich wollte ein bisschen witzig sein zum Anfang der Folge. BD will natürlich wieder Mittelpunkt stellen. Ein großer Blutbäuchling. Äh, hallo? Junge. Ob ihre Schwestern das so geil fänden? Er hat noch was zum Scannen. Terei und Pilzlingen. Als er sagte, bring Samen. Meint er doch von Datum ja. Die Frage ist gerade... Ah, da hinten. Rechts und dann links. Hier noch nicht? Doch. Hä? Hä? Oh. Aua. Boah, die sind... Die lassen sich nicht so einfach unterbrechen von den Angriffen her. Hier hätten wir ihn hochklettern können sogar. Okay, dort hinten geht's auf jeden Fall weiter. Wie gefällt euch denn das Spiel? Habe ich die ganze Zeit noch nicht gefragt. Wie gefällt euch denn das Spiel? Ist das was für euch? Gefällt euch das? Wie ich das spiele? Ja, ich weiß. Ab und zu sterbe ich noch ein bisschen. Da ist eine Kiste. Wacht und Kontrolle 2. Oh. Hä? Warte. Wir können das auf jeden Fall verschieben. Ja, schreibt's doch mal in die Kommentare. Wenn ihr Lust drauf habt. Ihr seid ja nicht so... Nicht so die Kommentare mit. Ihre Anführerin Mutter. Ihre Magie war stark. Scheiße. Kann ich nicht. Gut. Alles klar. Äh, ab. So. Obwohl, wenn es... Wenn es euch gefällt, dann gebt doch einen Daumen. Dann weiß ich auch, dass es euch gefällt. Äh, Schub. Oh. So. Er ist nicht geklettert. Habt ihr das gesehen? Der ist nicht geklettert. Der wäre schon wieder fast nicht geklettert, ne? Das Ding sieht noch ärger aus. Dieser Kampf gehört mir. Du kannst unsere Stärke nicht überwinden. Du wirst untergehen. Auf geht's. Ein ordentlicher Treffer. Weicher Jedi. Boah, schwein' ab. Ich werde dich treffen. Es wird Zeit, das hier zu beenden. Nein. Oh, Alter. Schwein' ab. Wo bleibt dein Können? Mein lieber Schwan, ey. Du gehst mal auf den Sack. Oh, oh. Ich sollte ein Simbo. So. Einmal kurz die Luft angehalten. Äh, die Luft angehalten. Die Zeit angehalten. Äh, die Zeit verlangsamt. Meine Güte. Feuerflächte. Die Feuerflächte hat bestimmt Feuer unterm Arsch. Oh, Alter. Oh. Die sind echt hart drauf. Oh, Alter. Meine Fresse. Wenn die erstmal dran sind am Angreifen, hilft erstmal nur Rückzug. Oh. Für euch ist hier kein Platz. Die Brüder werden euch töten, wenn ihr bleibt. Ah. Gegen dich haben sie sicher keine Chance. Als die Schwestern dann nach dem Fremden zur Rede stellten, entbrannten intensive Verhandlungen. Äh, ja, gut. Wenn da andauernd jeder dumm macht, verstehe ich schon das Misstrauen. Aber dieses Misstrauen, das war... Dieses Misstrauen, das war ja... Das war ja von Anfang an. Ohne Grund, vor allem. Also wir zumindest mal haben denen keinen Grund gegeben. So, und jetzt? Ich glaube, ich habe ein Thumbnail. Für diese Folge. Hier erwartet dich nur der Tod. Bleib doch mal jetzt locker. Sprich doch mit mir. Oh ja, das haben wir gebraucht, ey. Respawn-Punkt. Und alles andere. Fähigkeiten brauchen zwei Fähigkeiten. Was können wir uns dafür holen? Ich genere zusätzliches Leben. Bis zum nächsten Mal. Wie wird es? Amen. Okay. Ah, okay. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt, dass wir mehr Leben regenerieren, wenn wir Stimms benutzen. Ich habe Angst, das hier sieht mir hart nach einer Arena aus. Nein! Nein! Ich will nicht! Ah, scheiße. Lass es! Nein, ich will nicht! Ich will ein bisschen auf Abstand bleiben. Können wir immer nur zwei Treffer setzen? Nein! Boah! Ey, wie soll ich denn da ausweichen? Nein! Ja, natürlich! Ich will nicht! Oh! Nein! Nein! Ich will nicht. Aaaaaaaaaaah. Oh, Alter. Ich... ich werd zu unbeduldig. Alter. Oh, Alter. Voll ungerannt. Hilf mir bitte. Was? Magnet? Warum soll ich Magnet holen? Oh, Scheiße. Ja, natürlich. Zweimal. Okay, hochspringen hilft. Sorry, wenn ich grad nicht so viel sage. Oh, oh. Komm, Junge. Oh, oh. Oh, oh. Komm, Junge. Komm, wir haben ihn fast. Oh, oh. Der krabbelt jetzt hoch. Der haut ab. Hätten wir ihn jetzt killen können? Boah, wir haben aber... Oh, wir haben's geschafft. Oh. Oh. Kletter-Clown. Klettere schneller... ...auf neuen Wandoberflächen. Ah, ist ja geil. Guck mal. Wie so ein... Hier. Irgendwo sieht das fies aus, ne? Ah, das sieht schon cool aus, ne? Schon cool. Aber ich glaub, das ist mega anstrengend. Uh, Scheiße, glaub ich, ist das anstrengend. Äh... Hier? Ne, warte mal. Ach, hier geht's noch hoch. Nice. Ich hätte jetzt gern einen Speicherpunkt. Jetzt. Sofort. Bitte. Sehr langer Gang. Noch ein Echo. Die stärksten Brüder der Nacht bewältigten ihren Übergangsritus im Bau dieser Kreatur. Was? Die mutigsten aller Brüder der Nacht wagten sich im Rahmen eines Initiationsritus in dem Bau dieser Kreatur. Wer überlebte, galt als würdig. Gut, gehst du rein? Yo, hi, tschau. So, einen Tag später kommst du wieder raus. Hast dich irgendwo verkrochen. Oh, ein Speicherpunkt. Oh, ja, guck mal. Ein Speicherpunkt. Danke. Danke, Spiel. Danke. Danke. Ich bin dir ewig dankbar. So, jetzt will ich aber durch dieses Tor durch hier, verdammt nochmal. Kann ich aber scheinbar nicht. Ich komm hier einfach nicht durch. Wir müssen hier hochklettern. Oh, mein Gott, schau dich rein! Ich darf hier nie rumrunken. Wow! Ich darf dich nicht treffen! Ey, ey, ey! Oh, war das unfair! Ich musste doch ausweichen! Gott sei Dank haben wir gespeichert, ey. Dieses blöde Mistvieh, ne? Das ist genau so wieder so ein Ding. Warum ist das Vieh böse zu uns? Wir haben dem nichts. Wir haben dem nichts getan. Das ist durchkrabbeln. Ich sehe halt nichts. Komm, komm, komm! Schneller, 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 schneller,OOOO! Ich sterben! Nein! Ey, wo ist der, stimmt's? Was jetzt? Was? Drei? Was? Drei? Hä, ich hab doch drei gedrückt. Geht wieder los! Ich war nicht am Kopf. Wohin denn? Hä? Ich raff das irgendwie nicht. Hä? Ich muss es wieder auf seinen Kopf landen. Okay, also immer auf seinen Kopf landen. Hä? Los, Händz, Vicky! Bring! Alter! Nein! Ich weiß nicht, wie wir das hier überstehen sollen. Das geht weit runter. Schon wieder? Nein! Okay, dann los! Ich habe hier! Ich habe hier! Woh! Ich habe hier! Gorkoraz-Fall. Alter. Boah, ey. Ohne Scheiß, Junge. Wo ist unser Ziel? Warte, kann ich jetzt hier hoch? Warte mal. Ah, ich muss da hoch. Okay, alles klar. Ne, ich speichere jetzt nicht. Geht's hier nach links hoch. Und dann geht er schon. Jetzt spüren wir nochmal ein bisschen Spinne. Also, ich wäre am Speicherpunkt, wäre ich jetzt nicht, äh... Wäre ich jetzt nicht abgeneigt. Kann ich auch einfach durchlaufen? Kann ich auch einfach durchlaufen? Oh, Aua. Oh, Aua. Was war der da, ne? Das war's. Feierabend hier. Das war's. ee! Ya, da kommt doch her. Also bitte, ey. Die haben gesehen, dass ich das Vieh platt gemacht habe und die schießen trotzdem weiter auf mich? Ich komme hier. Ich glaube, ich komme hier nicht weiter. Da. Nein. Ah. Wo komme ich denn da hin? Achso. Alles klar. Verstehe ich schon. Puh. War zwar ein bisschen eng, aber wir haben es geschafft auf jeden Fall. Das ist die Brücke zu Ihrem Dorf. Sie rechnen nicht mit unserer Rückkehr. Trotzdem, es muss auch unauffälliger gehen. Ja, ich kann es aber nicht. Vor allem das Spiel lässt mich ja nicht. Ich hätte gerne so unauffällig ein bisschen hier rumklettern. Aber sie lassen mich halt nicht. Ich wusste hier von nichts, als ich die Brücke runtergezogen habe. Ich wollte nur sehen, was passiert. Wie bei dem Kater auf Kashyyyk. Oh. Sehr schön. Dolovit. Dolovit. Da komme ich nicht durch. Schöne Wandmalereien haben die hier. BD ist so cool. Der gefällt mir. Ich hätte auch gerne so einen Androiden. So einen Droiden. Sorry. Ach, hier sind wir denn auch schneller. Ah, cool. Ah, da hinten stehen sie schon und lauern. So, erstmal schnell ausruhen. So. Respawn Punkt erhalten. Wunderschön. Komm, lass mich. Ich will kein Ärger. Ich mache nichts kaputt. Frage es jetzt, wohin. Das geht auch unauffälliger. Ja, toll. Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Denkst du, du bist mir gewachsen? Du kannst dich zu uns nicht verstehen. Oh, Alter, hat der mich erwischt. Mist. Boah. Hat er gesessen. Oh, fuck. Ja, ja. Haben schon so viele gesagt. Oh, Alter. Also, weil lang. Oh, ja. Ich muss dich mal gerade ein bisschen abholen hier. Weiter mal schluss jetzt hier. Ja, ja. Ja, ja. Was willst du? Vogel da oben? Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Dann bereite mal der Brutalität dein Ende, wenn du gegen Felsen schießt. Ja. Ja. Und die Frage ist jetzt, wo müssen wir mit dem Ding hin? Äh, ich hab da so eine Ahnung. Du wärst fallen. Du wärst fallen. Du wärst fallen. Alter. Du weißt, dass du nicht gewinnen kannst. Hast du das gesehen? Zuerst nicht getroffen. Moin. Alles Gute kommt von oben, heißt es doch. Ich wusste, dass du da rein spenkst. Wir sind immer noch nicht oben. Neue Mantuslackierung. Affellung. Affellung. Oh. Das sieht auch cool aus. Weißt du, warte. Ich glaub, ich mach, ähm. Ich glaub, ich mach bis zur Spitze weiter. Hä? Oh Gott. Das ist aber noch weit. Oh. Komm schon. Kette mit mir. Puh. Komm, einen Versuch hast du noch. Komm. Ich werde dich kriegen. Ja, ja. Wir holen uns erstmal das Echo. Ich will nicht länger auf Anweisungen der Schwester, Bartmann. Wir müssen uns um den Eindringling kümmern. Eindringling. Ja, ja. Weißt du, ich hab ein Laserschwert. Noch ein verstecktes Echo. Ein Schiff ist in den Sümpfen abgestürzt. Sei vorsichtig. Ich spüre große Gefahr. Wer war das? Oder ist das der Fremde? Weil, da haben wir jetzt eine ganze Zeit lang schon nichts mehr von dem gehört. Ja, wo komm ich denn jetzt? Ah, Speicherpunkt muss ich hin. Hui. Nein. Ich bin froh, dass wir hier sind. Ob die glauben, dass wir menschlich sind? Äh. Okay, ich glaube jetzt nicht, dass wir hier irgendwas machen können, oder? Oder ist da was? Nee, ich will's lieber nicht riskieren. Sonst muss ich nachher noch, wie ich noch mal laufe. Ich liebe Abkürzungen. Boah, das muss eine Arbeit gewesen sein, ne? Das alles hier hinzubauen. Ah, er lädt ein neues Areal. Okay. Er hat geladen. Ein neues Areal. Es geht immer höher. Immer höher. Hast du das Gras gefunden? Baste. Oder alle den Zapkeling? Grease verhält sich seltsam. Er will jemanden vor der Mantis gesehen haben. Dato mir zermirbt ihn. Das ist bei ihm völlig normal. Geht's dir gut? Ich halluziniere nicht. Also, ja. Ich verlasse ein Dorf der Brüder der Nacht. Ich nehme die Spur wieder auf. Hört sich an, als kämpfst du zurecht. Ja, BD und ich schaffen das. Gut. Wir sind endlich wieder draußen. Und mit der Mantis im Hintergrund, würde ich sagen, reicht das für die heutige Folge. Finde ich gut, dass wir da jetzt so einen schönen Folgenabschluss jetzt haben. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es macht euch noch immer genauso viel Spaß wie mir. Auch wenn ihr nur zuschaut, hoffe ich, dass ich doch ein bisschen das Ganze mit Spaß, Humor, aber auch einer gewissen Ernsthaftigkeit tue. Ernsthaftigkeit und Autorität sofort weg. So, also nicht lange rumreden. Bis zur nächsten Folge. Overplayed and out. Möge die Macht mit euch sein. Möge die Macht mit euch sein.